Wir machen Maurice jetzt einfach bankrott, gar kein Thema. Ja, also es sieht mies aus bei mir, ne? Ich bin mit 1000 irgendwas gar nicht so schlecht dran, finde ich gerade mal so. 6, 10, 11. Ich glaube, das war deins, das erste Rote, oder? Ja. Oh, da zahlst du Doppeltmiete, weil ich da Haus hab. Oh, 90, doch das schon. 90. Guck mal auf mein Kontostand, das werde ich gar nicht hoffen. Ja, das war mein Kontostand. Lass mal alles umräumen. Oh. 12. Ja, gut, dann bin ich ja an einem vorbei und komme auf mein Feld. Ah ne, kannst du kaufen. Ah ne, das habe ich schon. Na, jetzt war ich ein bisschen Reserve wieder, wenn ich auf dein Blaues komme, auf deine Schlossstraße war das, glaube ich, ne? Ich zieh' denn im normalen Wert so teuer? Ja, ich glaube, das ist das Original, also nicht vom Spielbereich. Das sind ja die Original, die hab ich ja gar nicht im Kopf. Da könntest du mich mitjagen. War nicht das Original, also wirklich auch wie vom, wie vom alten Monopoly, äh, die, die... Ich müsste hier sogar noch Monopoly im Schrank haben, glaube ich. So, vier. Da, so langsam kommen wir in Wallung hier. Ich würde mich für das andere Blaue noch haben. Ja, ich weiß. Packstrahl, ich weiß gar nicht, wie sie sich nennt. Scheiße! Ich hab beide Blau vollständig, gar kein Thema. Oh, fuck! Ach, scheiße! Jo, mir muss ja 1500 Ockenheier. Du, wenn man den Falltasten kann halt wechseln, ich hab gerade aus dem Spiel geklickt. Ne, mach ich nicht. Oh, du weißt ja, oh, du weißt ja nur... Ich hab grad richtig Money rausgehauen. Monopoly, Entschuldigung. Ja, Monopoly. Ich hab grad richtig Geld. So, der Bus. Aber was auch mal das ist. Verschieben, um fünf Felder verschieben, um zwei Felder verschieben. Maurice, du musst ihn mal drücken. Ja, was hatte ich denn? Du schaffst. Ach so, ah, okay, ach so. Ja, ich weiß, ah ja, da kannst du entscheiden, ob du die 2 nimmst, die 3 nimmst oder beides zusammengerechnet. Ach so. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Macht sogar ein bisschen Sinn. Ja, man muss das ja mal gemacht haben, dann weiß man doch. So, das ist eine 8. Ich muss erstmal erzählen. Dann kommst du auf den Bahnhof. Den hast du doch schon, oder nicht? Naja, 25, ne? Ja, ammer Schlucker, Alter. War, hab ich knapp vorne. Knapp. Ich hoffe einfach, dass du ein paar Mal jetzt auf meine blauen kommst, dann relativt ich auch wieder rentieren. Ja, dann bin ich arm. Da bin ich arm. Ich will dich ja auch zunichte machen, also der spielst du da nicht. Ja, diese kriegst du 25 direkt zurück. Nee, mehr, ich müsste 2 haben, oder? Nee, ach, 50, ach, scheiß, ich nehme, du hast ja 2 sogar. Da, 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 da. Da kann man hier noch handeln, ey. Da kann man hier noch handeln. Da kann man hier noch handeln. Was will denn die Karte? Uh, 40 pro Haus und 550 pro Hotel. Ah, ich hab mir nur ein paar Häuser. Naja, jetzt geht das ja noch, naja, wenn du mehr hast, dann geht das schon in eine Kasse rein, ne? Das ist ja schon. Oh, ich muss, bleib den jetzt, 10, ne? Äh. Ich weiße, ne, da kann ich auch mal einen Bahnhof. Ne, ich kann ihn auch kaufen. Ich sag, das müsstest du jetzt 2 haben und ich hab 2, genau. Ich sag, das ist ja schon mal, ich hab 3, genau. Da ist schon Tricky. Schon Tricky. Was kann ich da jetzt machen? Achso, auswählen. Jetzt muss man mal irgendwas... Das ist so interessant wäre. Naja, du möchtest da lieber das haben. Ja, dann möchte ich nur das. Wie lautet ihr an? Ohhhh... Okay. Na, nichts. Will ich mit zwei Bahnhöfe, wenn ich einen Dings habe, wo ich alles draufsetzen kann, wenn ich alle habe. Oh, Alter, sieben Stück. Mein Gott, mein Gott. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, schönen guten Wunderter. Schön. Komm jetzt mal bei mir drauf, dass du beim Krott gehst. Ich will dich nieder, man. Komm jetzt mal bei mir drauf. Weg mit dir. Du brauchst keine Welt schon mal. Ach, geil. Mach doch nicht. Komm bitte. Einer Pasch. Oh, als Kind schon gespielt. Na, schade, das wird nicht so. Na, mein Kind hat alles wieder. Ist halt alles gleich, ne? Ach, ganz schön an deinen Sachen vorbei, gedrückt hat. Komm, da musst du mal drauf kommen, da gibt's noch nicht. Oh, okay. Oh. Na, jetzt geh nicht, geh vor bis zur Schlossstraße. Ja, okay. Na, wieder trüben. Krankenhausgebühr, schulden, zack. Das geht ja alles noch. Na, gibt ja Schwimmeres. Sie sind dran. Ja, dann sind sie auch dran. Schon dabei. Ich bin schon ja alles wieder... Oh, passt. Oh. Oh, da könntest du mal ein grünes erwischen. Jo. Gibt's da? 26. Das Taschengeld, das geb ich dir. Ja, Taschengeld, ja. Das ist recht so. Ja, das ist halt keine Preise noch, aber nachher, ne? Boah, das hat er bisher auch keine geschafft, zwei Paschen hintereinander zu haben. Ja. Das kannst du auswählen. Sechs, vier oder zehn, ne? Ich land jetzt hier, das heißt, ich müsste eigentlich... Also, ich würd... Ja, ist eben. Macht am meisten Sinn. Oh, jetzt Gefängnis. Aber du hast doch noch keine Gefängnisfreikarte. Uh, geil. Sieh ja geil aus. Ja, wir sind ein bisschen Gefängnis jetzt mal. Aber ich konnte mich besuchen, ne? Das ist schon mal nacht. Wettläut. Ich bin ja jetzt gelandet. Mein Gott, jetzt hat er alle grünes. Ich werde wahnsinnig. Ich dachte, der kauft sich das doch jetzt. Ach so. Das heißt, dieser Monopelmann bringt ihn mal auf den freies Feld. Okay. Ja, wir müssen ja erst mal alle wissen, ne? Sonst, ne? Okay. Was hatte ich jetzt? Ich hab noch nicht nachgezählt. Ich geh jetzt vier, fünf, lande ich auf meinem Bahnhof. Ja. Mach doch das. Entspanntest du, ne? Ja. Am sichersten vor allen Dingen. Muss halt nur Wattos würfeln, dass wir an deinem Gelöhnts vorbeikommen. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Da dürfte aber nicht... Da dürfte nicht viel sein. So. So, jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt die Frage, was ist für dich interessant? Hier, das Gelbe zum Beispiel. So. Das Gelbe, na genau. Okay. So. Das soll ich da ne Zahl eintippen kannst, Alter. Das macht einen doch Kiri. Komm. Komm, du hast dann alle drei zusammen. Guck mal, du hast alle drei Gelben zusammen. Ach komm, mach mal her. Kack drauf. Hey, ein Kugel. Hey, ich hab wieder ne vor der Straße. Jetzt hast du eine Kugel wieder voll stehen. Jetzt hast du zwei voller und ich zwei voller. Ach, und ich krieg meine Money ist noch, das ist doch top. So, weiter geht's. Mani, 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 mani. Hahaha. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Oh. Top. Kaufen wir. Ja, kein Thema. Das Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Verkauf. Meins? Aber wir müssen Maurice in den Balkon treiben, wenn wir dann irgendwann reichen. Ja, klar. Wir dürfen wirklich einen reinrücken. Sicher. Dich mach dich jetzt galt. Dich mach dich jetzt nass bis auf die Unterhosen. Was ist denn da? Blau. Das wär was für dich, ne? Komm, Ration. Äh, was sind wir denn jetzt? 200 so. Warte halt, du mal ruhig drauf. Zack. Diese Fabgruppe. So, ich hab's schon. Ich hab's schon einfach. Du hast mein Pinkes noch und ich hab das braune jeweils noch. Braune interessiert mich nicht. Kann's wohl haben. Pink interessiert mich so ein bisschen mehr. Ja, wir gucken. Ich glaub, das haben wir aber alles, ne? Drei, wo haben die schon mal? Ich glaub, das haben wir halt alle Grundstücke, ne? Viele müssten wir da haben, jetzt oder nicht? Also, fast alle würde ich jetzt mal so spontan sagen. Guck mal, ich hab eh wer, das, 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 das. Ich hab' ich. Du hast zwei, ich hab' zwei Bahnhüfe. Du hast die beiden blauen, was die beiden blauen, ich hab' die drei grünen, du hast die gelben, ich hab' die drei roten, du hast die drei orangenen, ja, ich hab' die zwei pinken, du hast ein pinkes, du hast die drei hellblauen, du hast die bronze, ich hab' ein braun. Ja, okay, jetzt haben wir jetzt alles, dann müssen wir jetzt, äh, handeln irgendwie. Dann müssen wir auf allen gleich ineinander kommen. So, du hast, sagen müsste ich das, pringel, pringel, du kriegst das braun und ich geb' dir noch Geld dazu. Ach, mit Haus sogar. Boah, scheiße. Mit Haus. 50. Ja, das geht ja noch. Ach, scheiße, ja, machen wir gleich. Ja, sonst haben wir ja eigentlich alles ausgeteilt. Also, ne? 6, 10. Mein Gott. Und dann nicht? Würde er aber außen rum rollen. Bei mir? Nein, gar nicht, ne? Sie besitzt das Grundschul schon. Boah. Gar nicht schlimm. So, ich will für den ersten Mal ankommen. Ja, vielleicht will ich gar nicht anhelfen. Ich will erst mal Fach und Wetter spielen. Erstmal einfach alles ab. Ah. Erstmal einfach alles an Geld abknüpfen, was da ist. Wieso hab ich jetzt drei... Achso, ne, Miete, achso. Okay, ähm, Handel, halt. So. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was der mir anbieten möchte. So. Das... So. So, ich weiß nicht, dass ich noch mal nicht dazu. glaube ich eigentlich dass er da um stets wieso das ist taktik aber dass keine ahnung stück das müsste dann da sein ich habe keine drei bahnhöfe ist doch mal noch oder sagen ja zwei bahnhöfe